Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, ich habe euch ja immer unter den Kommentaren gefragt, welche Altcoins wünscht ihr euch? Und Chainlink war ein Wunsch, der mit am meisten getroffen wurde. Deswegen werden wir uns heute Chainlink mal wieder ein bisschen genauer anschauen. Wie gehen wir weiter vor? Wie sieht es aus mit möglichen Trades? Und wo kaufen wir möglicherweise oder verkaufen wir sogar unsere Spot- und HODL-Positionen? All das werden wir uns im heutigen Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinsteunen, wenn ihr Bock habt auf tägliche Updates bzw. brandaktuelle Signale. Gerne da reinsteunen, den Link wie immer unten in der Videobeschreibung bzw. in den Kommentaren. Gut, und damit würde ich sagen, direkt rein in die Analyse. Momentan traden wir bei Chainlink bei 7 Dollar. Wir sind in einer schönen seitwärts Akkumulationsphase mit sehr, sehr wenig Bewegung. Wir richten uns wenig nach Bitcoin, Ethereum. Wir haben hier so ziemlich unseren eigenen Schaden. Und wir fangen mal ganz kurz an mit dem Daily-Timeframe. Wie sieht es denn da aus? Wir befinden uns übergeordnet weiterhin in unserer riesigen Seitwärtsphase. Daran hat sich nichts geändert. Unsere Akkumulationszone zwischen 9,50 Dollar und 5,40 Dollar. Das ist die Zone, die wir seit Monaten drin haben. Man sieht es hier auch als N ein bisschen. Wenn man sich das so anguckt, wer die XRP-Videos freitags immer verfolgt, so ein bisschen im XRP-Chart, riesige Seitwärtsbewegung seit Mai. Seitdem tut sich hier sehr wenig und wir machen hier im Endeffekt Range Trading. Ja, wir konsolidieren hier im Bereich der 7 Dollar. Wir haben über uns jetzt noch zwei wichtige Zonen. Einerseits hier vom 5. Dezember noch dieses Hoch, was hier noch drüber gelegt ist, wo noch viel Volumen drin ist. Das ist vor allem für mich kurzfristig, und da blicken wir jetzt nochmal ganz kurz auf den 4-Stunden-Timeframe, eigentlich das Ziel, was ich mir gerne holen würde. Das heißt, ich möchte jetzt hier nicht unbedingt einen Abverkauf sehen. Wir sehen natürlich auch, wenn wir jetzt hier so eine kleine Linie ziehen, der Trend von den Wicks her ist auf jeden Fall noch intakt. Das heißt, der Trendbruch liegt noch nicht vor vom Volumen her. Würde ich auch sagen, alles noch im Rahmen, kein signifikantes Abgleiten vom Volumen, sondern wir haben ja immer noch schönes Volumen drin und der Abtrend ist bestätigt. So, für mich wünschenswert wäre, wir holen uns hier oben diesen Bereich zwischen 7,50 Dollar bis maximal 7,90 Dollar. Das sind so jetzt momentan die Max-Ziele, aber ich sehe jetzt als Maximum momentan 7,58 Dollar wegen diesem Wicks hier. Ansonsten die nächsten Volumen-Candles, die hier noch zu holen oder zu fischen werden, wäre dann hier oben die 7,80 Dollar. Also diesen Bereich hier oben ganz, ganz genau im Auge behalten, vor allem auf den kleineren Timeframes. Volumen auf einen 1-Stunden- und 15-Minuten-Chart beobachten, sollten wir hier oben reinkommen und wirklich wieder nur einen Wicks sehen. Ohne wirklich signifikantes Volumen ist es für mich ein Short-Signal und wir werden hier das Ding shorten, zumindest bis zum Trend, wenn nicht sogar hier bis zu den 6,38 Dollar. Also das sind so die kurzfristigen Ziele aufgrund der Volumenanalyse, die wir hier oben haben. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf den Daily-Timeframe, da seht ihr schon, okay, wir haben hier das Golden Pocket gezogen, beziehungsweise das Fib-Level von unserem High zu unserem Low bei 5,39 Dollar. Und da sehen wir, okay, hier oben bei den 7,90 Dollar bis 8,10 Dollar ist noch ein Golden Pocket. Und gleichzeitig haben wir hier, man sieht es hier, den Beginn einer Daily-Supply-Zone, das heißt eine Tageswiderstandszone, die hier auch in diesen Bereich reinkommt. Und das heißt, klar, grundsätzlich die 7,77 Dollar wäre der erste Short-Bereich, den wir uns auf jeden Fall angucken sollten. Kriegen wir hier aber genug Volumen rein, haben wir auch nicht mehr viel Widerstand bis zu diesen 8,07 Dollar. Hier oben wartet das Golden Pocket auf uns und ihr wisst, das Golden Pocket ist entweder Trend-Wende-Bereich oder ein fetter, fetter Widerstands-Bereich, dass wir hier einfach die Reaktion nach unten hin sehen. Also diese Zone wird jetzt sehr, sehr interessant werden für Chainlink. Es wäre für mich persönlich wünschenswerterweise wichtig, dass wir zumindest in diesen Bereich hier reinkommen, um möglicherweise hier ein höheres Hoch zu bilden. Das heißt, in dieser übergeordneten Seitwärtsphase, die wir uns am Anfang des Videos angeguckt haben, wo wirklich nichts sich tut seit Mai letzten Jahres, also fast seit einem Jahr, haben wir hier Seitwärtsbewegung, wäre es jetzt wichtig, ein höheres Hoch reinzukriegen in dieser Seitwärtsphase. Das heißt wirklich, dieses Hoch bei 7,80 Dollar, 7,90 Dollar rauszunehmen. Dann eine Korrektur einzusetzen und dafür ziehen wir uns jetzt nochmal das kleine Fib-Level von unserer Aufwärtsbewegung. Nach jetzigem Stand wäre es dann wichtig, in den Bereich der 6,20 Dollar nochmal reinzugehen. Und der ist das, wer Bitcoin-Videos hier immer verfolgt, weiß, okay, wir brauchen auch da noch ein höheres Tief. Und das würde ich mir beim Chainlink eben wünschen. Einerseits höheres Hoch, um die Struktur des Bearishen erst einmal aufzulösen, um dann aber signifikant bullish zu werden oder wirklich endgültig bullish zu werden, brauchen wir dann aber hier wirklich noch dieses höhere Tief. Und das liegt meistens so zwischen dem 0,5er Fib-Level und dem Golden Pocket. Das heißt, 6,20 Dollar sind auf jeden Fall noch im Bereich des Möglichen. Und das wäre dann auch für mich persönlich nochmal ein Einkaufsszenario, wo ich dann Chainlink einfach nochmal akkumulieren würde. Ich gehe jetzt erstmal langfristig nicht davon aus, dass wir hier unsere zweite grüne Box bei 4,70 Dollar nochmal erreichen. Das wäre dann wirklich, wirklich bearish, beziehungsweise wäre jetzt nicht das Wunschszenario, auch wenn wir hier noch so ein kleines Void haben. Ausschließen darf man es natürlich nicht, aber ich gehe jetzt bei Bitcoin erstmal davon aus, dass es bullish weitergeht mit einem höheren Tief. Heißt natürlich nicht, dass wir noch Korrekturen sehen. Aber sollten wir hier dieses höhere Tief reingehen, ist Chainlink für mich in dem Bodenbereich. Und dann möglich, dass wir hier wieder dieses Hoch bei den 9,40 Dollar, 9,70 Dollar hier oben antesten, diese große Zone. Und dann, ihr kennt das gleiche Spiel, wenn wir im Falling Wedge oder Sonstiges immer traden. Viermal ist dann meistens das Ausbruchsziel, also vier bis fünfmal. Und das wäre dann hier oben, huch, das wollte ich jetzt nicht, wäre dann hier oben der vierte Test bei eben diesen 9,70 Dollar. Und dann könnte es sein, dass wir hier ein impulsives Breakout nach oben hinsehen, zumindest hier oben bis ins 1,618, also das heißt bei 11,90 Dollar bis 12 Dollar hier oben in diese Daily Supply. Dann nochmal unsere ehemalige Range bestätigen bei 9,25 und dann hier wirklich ein signifikantes Breakout nach oben hin starten und dann in Richtung 16 oder sogar 20 Dollar zu rennen. Das heißt, hier sind 2x, 3x in den nächsten Wochen auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Aber dafür müssen gewisse Strukturen geschaffen werden. Da zählt unter anderem dieses höhere Tief. Gut, ich hoffe, ich konnte die meisten Fragen beantworten. Das heißt Short im Blick behalten, zwischen 7,70 bis 7,90 irgendwo in diesem Bereich nach Volumen gucken. Da werde ich dann aber in der Telegram-Gruppe nochmal genaueres drauf sagen, sollten wir in diesen Bereich kommen. Ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen und heute Abend, wer Bock hat, um 19 Uhr zum Livestream dazukommt. Auch dort werden wir uns wieder Altcoins und natürlich Bitcoin anschauen. Das war es von mir, Like da lassen, Abo da lassen, bis später. Ciao, ciao und wie immer.